Fortnite, was könnte das denn sein, Angel? Okay. Hm? Und welchen Luca? Achso. Wie oft nimmt man jetzt noch maaaal? Wie oft nimmt man jetzt noch maaaal? Ich hab noch einen Ding, dass er kommt. Okay, warte. Jetzt. Ich weiß, was ich gerade gemacht hab. Ich hab grad alte Videos angeschaut, wo die Rocket gespielt haben, wo die Platin 2 waren. Ey, was ist denn los, ey? Hä, rechen auch grad, ey. Auf Twitch, oder was? Hä, welcher Grund? Hä? Moin, da war ich grad drauf. Warte, ich guck nochmal. Ich würde mir bloß nicht angezeigt werden. Da. Ne, das stimmt nicht. Bei mir schon. Ja doch, da. Wurde auch nicht an. Ja. Digga, das sieht ja anders als los. Ich soll ja wieder zurückkommen. Ich soll ja wieder zurückkommen. Ich soll ja wieder zurückkommen. Ja, aber es geht schon eigentlich. Man sieht halt den Gegner richtig genau. Lukas? Ja. Weißt du noch, wie das ging, wo man da diesen Tab da öffnet, wo man Prozent App da hat. Was? Äh, Windows Air. Windows Air. Windows Air. So was. Danke. Kein Problem. Milch, ich fühle dir auch gerade. Milch hat die 30 Abos erreicht. Ja. 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 Ich hätte es bei Windows Settings ein oder was. Ist trash. Ja, hier ist unten. Du hast schon da was da ein Jump'n. Ja, den Treffen brauchst du da was da einen Jump'n. Also, wie? Was hält ich da? Kannst du mich schon mal an, das ist gut, ey, wenn der Gegner vorne ist. Kein Problem. Ja, ich habe jetzt das eingestellt. Ich komme. Jo. Drei Leute geben ihn wahrscheinlich ein. Der wird eh reich, Kappa. Durch YouTube bekommst du auch in Hamburg. Digga! Digga, heute im Freibad mit Mirko, das ist schon lustig. Ich so, ich war halt auf dem Dreier und habe mir Stress gemacht. Und ich so zu Mirko, ja, jetzt zu. Und er so, nee, nee, mit meiner Schulter, das geht nicht. Und dann er so, ich kann es gerade mal so hoch geben, wie beim Hintergrund. Und ich so, ja, Hauptsache so hoch geht es noch. Und er so, ja, wenn es so hoch nicht mehr gehen würde, dann könnte ich mich vergraben. Rhynox. Rhynox. Man sieht den Scam- Also ich hab mich am nächsten Mal den Scamming gescheit. Ich weiß genau Du hast gebeten Aber da ist sowieso wie Wichita toi, ich glaube sicher dass es 1080 x 1080 ist und nicht 1800 x 1800 oder so nein bei mir ist es nämlich nicht so weit wie sieht es ganz normal aus aber das bringt nichts wenn du den game user settings einschätzt aber die kraft die kraft der resolution nicht ein also die resolution ja aber sonst sonst wurde es ja auch früher auch immer gemacht wo ich am anfang das gemacht habe ja du musst deine resolution verändern am monik also im bildschirm halt diese es gibt ja ein wie das ich sehe es ja nicht wie soll ich das denn sehen und das gleiche gibt es eigentlich auch bei den das ist ja auch bei den das ist ja auch bei den die Vielen Dank. Ja, aber da kommt es wohl nicht. Doch. Ja, das ist bloß bei Nvidia. Äh, ja, bei Nvidia. Bei AMD musst du... Das heißt AMD... Irgendwas mit... Nein, die habe ich nicht gesehen. Das heißt, dieses AMD-Seiten heißt... AMD-Radeon-Settings. Guck mal, ob du es findet. Bei der Dinosaurier ist mein PC abgeschmiert. Wo ich das runtergegangen hatte. Ja. Und da musste man... Da hat man Dead-Güder-Gerichte bei... Die... Wie heißen die nochmal? Guck mal, ich bin gerade zu dumm. Diese... Ähm... Nein. Ähm... Wie heißen die Karten da? Diese Striche da... Äh... Und dann ging es nicht mal richtig. Weil der Typ, der auf dem Mainboard ohne... Ohne Ding Anschluss gegeben hat. Ohne Augsanschluss. Der gab es wie dumm. Wie dumm ist das? Ein Problem. Sorry. Kein Problem. Es sieht ja nicht richtig aus. Du bist nicht mehr auf C3 hochgekommen. Schau mal, so sieht es bei mir aus. Das ist nur auf die Hälfte des Bildschirms. Ja. I... Ja, aber das habe ich ja vorhin gemacht. Und dann sah es ganz normal aus. Du musst vollbildend Fenster einstellen. Achso. Ah. Ja, in Fort... Ja, in Fortn... Ich habe... Ich habe immer Vollbild. Komm... Vollbild ist immer M16 zu 9. Vollbild im Fenster. Ja, nee. Sieht ganz normal aus. Habe ich. Das geht halt... Irgendwie nicht. Marilla vielleicht dabei. Okay. Dann komme ich nach Schwabelhausen. Okay. Du tanzt nicht mal zu mir in die Richtung. Du hast gerade rechts neben mich getanzt. So ein Ding war das. Oh mein Gott, hier sind 80 Zuschauer. Du hast gerade... Du hast gerade neben geschossen bei dir. Oh mein Gott. Sag nichts. Ich habe mich gerade selber eingebaut. Das geht eigentlich gut, Leon. Wo bist du? Das geht eigentlich, Leon. Ich habe dich eigentlich... Ich habe dich gerade überhaupt nicht gesehen, Digga. Man kann anders gut aimen, oder? Ich habe dich gerade absolut nicht gesehen. Aber hoffentlich kommt bald hier zur Seite. Das ist ein normales Strash. Bei mir ist ganz normaler Resolution. Ja, Mann. Ja, bei mir dauert da war nicht mal Pornier. Aber der ist ein Hexer. Einbaut. Dann ist er halt immer drauf. Da spielst du halt irgendwie ganz normal. Von Aiming ist er halt viel besser. Aber du siehst halt nicht so vieles Problem. Aber für 1x1 ist gut, aber für normal wäre ich eher nicht so. Du musst die Cheats anhaben. Wieso müssen alle offiziell bescheiden und die Cheats anhaben? Der E-Moddy. aukelt. Wenn die которого Thomas gut passiert, habe ich nur gehört. ja mein Mitten im Nachbar Warte Also schon, ich hab's verloren Ja, ja mein Aber lang Michi, äh Leon Geht dann bei Michi rein, die spielen Rhone Wars Wie viel kostet denn Cheat? Hast du ein Skill oder was? Weißt du wie sehr Du warst bei ihm richtig groß Obwohl er ganz oben war So nah kann sie so pehlen Ich kann mir halt nicht mehr vorstellen Dass es 1080x1080 wird Ich rede mir Hey, Leon hat so Ich werde aufrufen, Dinger Ich werde aufrufen, Dinger Ich werde aufrufen Ja Lukas, wir brauchen keinen Hacker um gut zu sein. Ja, gegen Hacker gewonnen. Ja, Kassel Resolution ist am Boden nicht verboten. Das ist schief. Mensch, Leone. Pass einfach dieses Hex auf. Ja. Ja, ich glaube, ich habe das immer gegeben. Oh, ich verwirrt noch. Ich habe Hacker-Hacker-Ames irgendwie Hacker. Das hat aber auch Leone gerade so gut der Fade. Nein, ich habe gerade echt einen Headshots bekommen. Aber es könnte auch der Aim-Bot gewesen sein. Ich glaube, es ist der Aim-Bot, Lukas. Es muss. Es muss deine Armee. Sonst ist der Leere nie so gut. Ich bin so auch der mann der Kanu. Kartoffeln, weh. Kartoffel des Nehens. Hauptsache, mein Wand wird nicht geplayt, ist erst 5 Stunden später. Haben wir das auch gerade ins Spiel gesehen? Natürlich. Ja. Natürlich spielt man mit Hex besser. Und wie viel kosten die denn? Schatz. Ne, Thomas. Lass es jetzt ja und reporten. Ja, stimmt. Weil das kann nicht sein, das ist schon unfair. Ne. Amd ist besser. Amd ist besser. Okay, es kann, äh, ich glaube, es ist ein bisschen besser, aber mein bisher ist ein Preis-Leistung. Und warum? Weiß. Unserer war auch billig. Wie? Ja, aber nicht so billig wie meiner. Dafür ist unser besser. Ja. Neee, überhaupt nicht. FDS hast du ihn voll, meinst. Was? FDS hast du ihn voll, meinst. Kommt drauf an. Ungefähr, ein Durchschnittser. 200. Ja, wie hat 500, Mann? Ja, das ist ja nicht viel mehr. in der hälfte erfolgen du bist es gut macht es ja gar nicht aus die hälfte 300 mal nicht viel aus von 60 auf 200 es ist ja es ist ja ein anderer kommt was hast du auch wenn du einen 140 Herzmonitor hast ja da hast du ja weg ich hätte es ich habe einen 240 Herzmonitor und hätte jetzt den Befehl gehen wir alles dann würdest du mich dafür bringen ja das war unser Deckab drum muss ich halt mal wieder das Money auspacken Papa wir wollen nicht 1 Cent dafür bezahlen muss ich mal wieder das Money auspacken wir haben ganz süß das gerade angehört muss ich mal wieder das Money auspacken weil sonst keiner Money hat kann er mir halt leisten ne gell Leon oh 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 das war das war Ein Spiegel TV Aua! Can you speak electric? Es sind auch die roten am Montag. Welche roten am Montag? Die im Norden. Ach so. Nee, auf den Feiter. Alter! Alter! Nee, gestern. Ist auch weiter, oder? Nee. Alter! Mhm. Habt ihr morgen Schuze? Ja. Verarschen könnt ihr euch selber. Nein, weil ich ihnen auch eine Rallye-Schwein nachschreiben muss. Ist nicht da noch, oder? Doch! Ach! Was denkst du, warum du heute zu deinem Vater gegangen bist? Ich bin gestern schon zu meinem Vater. Ach so. Also möchte ich auch schon. Seit zwei Tagen einen Schuhmensch. Ich habe vergessen, weil ich gerade habe. Schöner, komm komm! Dann kannst du mal kurz deinen Hex ausschalten. Dann kannst du mal kurz deinen Hex ausschalten. Ja. No Hex. Okay. Die 105 Euro Hex. Die Hex war teurer wie. ZBD. Ja. 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 Sogar Amos beim Editieren. Ja. Was soll ihm das? Ja. 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 Ich würde treiben kommen wir auch Ich würde nur fallen plötzlich leon hat Anti-Trap-Hacks nein, wir wollten nur zu mich ach so, bei dem sind wir nicht nachgedreht wo ich im stream geguckt habe weil der ist nochmal raus und hat geöffnet glaube ich ja privat Lukas, warum duchst du uns an? nein, sie sind nicht nachgedreht Lukas, warum duchst du uns an? sorry sorry angenommen welchen Affen? fix 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 trägt mal Fen bei ach so reintreten Felix Tennis wird schocken verankert wir sind jetzt was ist das? wir sind jetzt da wir sind Was machst denn du? Hä? Achja moin Tobi! Nee! Leon! Hey Leute! Hey was macht's du hier? Wir wollen jetzt in Ruhe Fortnite Arena zocken! Hey was hat der für einen drecksten Namen? Hey Brian, es gibt jetzt seit neuem Arena-Squad Digga, was laberst denn du? Digga, bist du auf der Brotzuppen daher geschwommen oder was? Hä? Ja moin! Ey komm, den Zoo kanntest der oder? Aber hast du auch verstanden was ich gesagt hab? Brian! Brian! Leon hast Digga, hast du grad ähm Digga, hast du deinen Jürgen gewirkt oder was hast du da getan? Ey, in mein Wasser ist gewirkt! Wie soll ich mich doppelt? Ja du musst die muten! Ich hab's auch! Ja Brian, du Muschi! So, äh, ja! Aussteigen! Guck mal, jetzt hab ich den falschen gemütet! Geil! Mit einfach beide? Ja genau, du musst beide nehmen! Ich hab keine Ahnung! Wollen gehen wir eigentlich? Ja was wohl? Wo wohl? Sonny! Leon! Ich hab jetzt was gedroppt! Einen Mann soll man jetzt sagen! Wie die Sonny vergisst du das? Ich hab den Bar! Hey Lukas! Habe ich den Bar! Habe ich den Bar! Ich warte! Welchen Bar! Den Bar! Welchen? Den Discord-Bug! Sie haben aber auch für den Bar! Nee! Ich habe den Bar! Ich habe den ohne! Hahahaha! 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 Ich hör dich nicht... Hahahaha! Hahahaha! Ich hab mich jetzt schon privat ausgenutzt. Da ist auch im Backen, glaub ich. Glaub ich zumindest. Bei mir, bei mir, bei mir! Hinter mir! Hinter mir und vor mir! Hey, was? Echt? Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben! Triff nicht, der Tadek, der Tadek! Hey, du bist bei mir nicht unten. Komm, Bruno One. Boah! 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 Komm, Bruno One, komm! Komm, Bruno One! Was ist das hier, Bruno? Ich hab jetzt gar nicht dieben HP! Oh, steht dieser an meinem Ding? Im PC! Oh, 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 oh! Wieso, wir achten? Was ist hier los? Besser wie Garn! Oh, stinkt das hier! Ah, meine Rütze! Nee, das kann doch ich gewesen sein! Er kackt beim Zocken! Ja, moin! Wir sind einfach fünf Leute, let's go! Okay, von V2, let's go! Nein, Jonas, tu mal alle kicken! Alle raus! Wie denn? Ich mach dich einfach zum... Manet! Make party leader, so! Leader, ja, moin! Wie sitzt das direkt über den Englisch gerade? Hallo! 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 Hallo, du Fallbob! Fallbob! Hey! 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 Reden wir alle ja nicht auf euch! Privat anwenden! Verwaltung! Raus! Ja, aber ich kann dir beitreten! Ähm, Rhinox! Ja! Ich kann wirklich! Äh! Äh! Das ist mein Schlafpafo! Ich kann wirklich vorn für eine Sekunde! Bei mir hängt alles! Mit zwei Färs! Hey, Knallkopf! Knallkopf! Hört ihr mich? Ja! Ich kann nichts machen grad! Was ist das für ein hässiger Skin im Shop? Da mach halt überhaupt nichts! Michi Skin ist im Shop! Hallo! Michi, unser bester Mann! Ich glaube, unser bester Mann! Äh! Ich spreche in Spanisch! Hallo! Elektrisch! Ich spreche in Spanisch! Spanisch! Hallo! Ziacoraggio in Spanisch! Ziacoraggio in Spanisch! Ziacoraggio in Spanismo! Ziacoraggio in Spanisch! renovinteress Ich lass meinen Affen beitreten damit Hallo? Du bist ein Volker Der ist der eine Typ so auch drüber anstatt dass er uns einfach kickt er anstatt dass er einfach verlässt Nee, er kickt ihn voll geil Hallo, ich bin er, der Volker Hey, da ist ja noch jemand drinnen Ich bin nur 105 Euro Äh, äh, das stimmt Sorry, deswegen aber du, äh Wohinabwob Wohinabwob Der hättet Alter, warum kommen wir jetzt alle in die Party? Wohinabwob Wohinabwob Do you speak electric? Oh, Thomas Thomas macht die Mörko da Komm, 101 Komm, 101 Ich glaub ihr habt irgendwas genommen Komm, 101 Komm, 101 Komm, 101 Lass, lass 3-3 in real life Okay Im real life Also Lucas hört sich dann auf die drauf Ja Hilfe Der fett, Sackle Nee, der kann nicht nur laufen Oder ich nehm einfach dringend mit Ähm, Roland An die Eier? Roland Und Flo Ja, der hat Sackle Ja, der hat Sackle Der Stock Im Barthorn mit Das ist auch so ein Stock Aber weißt du, wer der größte Stock ist? Finn Finn sieht aus wie Marvin Mit gelben Haar Was ist denn mit Kevin los? Keine Ahnung Alfa, Alfa Mindestens Alfa, Alfa Alfa Hä? Ich hab nen Raketenwerfer Ich hab nen Raketenwerfer Krass Ich hab nen Raketenwerfer Krass Nee, ich hab ihn Hier Ey Leon, komm mal zu mir Ey Leon, komm mal zu mir Komm, Mann, Mann Oh, Mann Komm, Mann, Mann Hell, Mann Hab die jetzt erstmal geschwungen Das stimmt ja und sehr einfach Du hast gehört? Nee Komm, Mann, Mann, Wischen Ich will die nicht Ich wisch den auch Wischen wir dir auf Komm, Mann, Mann ich hab den besten ich werde den besten tanz haben und mir kommen nachzumachen ich habe den besten ich kann nicht reden gibt es ein mord wo der händler kurs macht das wäre der beste ich habe schild für dich das wäre besser ich habe schild warte das könnte man so sehen man hat es nicht ohne mutter ich stelle dir vor Herr Röder sonst ist wir haben eine Unterricht der fängt so an so zu trinken ich bräuchte noch eine bessere Pumper ja ich hab eine in der Hose du bist 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 wir lassen einen 1x1 machen warum habe ich hier auch geschwimmen ich bin auch nur auf dem Handy ja ich glaube ich habe irgendwas genommen oder so hm ne ne er denkt er soll G hier habt ihr nicht warte wo ist er ja aber wie man halt nirgends wo eine Pumper kann findet oder Sven mhm der Pumper kann mhm finde ich schön du hast doch eine wo in der Hose zu wollen nur eine Pumper kann ja ich bin ein besserer auch also nicht so ich kann dir eine geben wir nur eine Pumper ne 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 hm du kannst ja alle beide walten hm 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 ne halt krass hallo Finn warte mal um den Leften guck mal ich merke was ich gerade merke ich guck mal mit mobilen Datenladen Video äh der hat die haben uns gestoppt ja Finn war in der Luft Finn nein Finn von sexy was was hallo du bist wie die Leckdrex 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 ich bin ein Pee ja da die Leckdrex das die Leckdrex die Leckdrex du hast die Leckdrex ne die Leckdrex Ich blieb es 1 Mokko. Mokko beim Essen, wenn er die Eier zu lange auf dem Herd hat. Oh, heiß. Dann nehmen wir auf meinem Bildschlech. Oder Mokko beim Shoppen. Hier, da ist ein Mokko, da kann man auch drauf. Ihr weiß es gleich genau. Ja, ich hab nur einen Mokko. Ich hab nur einen Mokko. Ich hab nur einen Mokko. Ja, lass alle den Skins. Ich hab den Skins. Ich hab den Skins. Nee, Alter. Digga, ich hab den Skins glaube ich gar nicht. Ich hab nur einen Mokko. Sehr gut. Oh, mal den Mokko. Nee, erst am Montag. Sonntagabend komm ich auch noch. Mach ich durch. Die ganze Nacht. Mhm. Ja, ich hab nur einen Mokko. Ja, das war auch noch zu teilen rein. Ja, das ist mit dem Thomasboost natürlich. Ja, ja. Ich hab einen Skin. Ach so. Das war sehr schön, das ist ja okay. Ich dachte, ich muss noch ein Skins holen. So wie Lukas. Ja, aber ich hab einen Skin, der sieht original aus wie Thomas. Nein. 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 Warte. Warte. Ich hab einen besseren der Aufgewicht. Obwohl, das könnte auch krass hier sein. Ich hab was Kinder sieht aus wie ich. Komm, warte. Ja. Ich schwör. Ich schwör. Ja, Thomas. Hatte ich noch länger. Ich schwör, Mokko sieht auch genau so aus. Warte, wo ist das? Das könnte Mokko sein. Da war Mokko. Das ist Käpt'n. Das ist Käpt'n Mokko. Da macht er was hoch. Und dann kommt Tesla. Das kann ich noch mal machen. Ja, den? Ne, ich hab die aus wie auch trieb. Strohwut. Das ist original Mokko. Digga. Mit seinem Ponden. Malzetter. Ey, Leon weiß, was Mirko heute gesagt hat. Wenn wir nach Kroatien fahren, macht sich Mirko mit. Ja. Komplett klasse. Ich hab Mokko. Ja, okay. Würde ich machen. Aber halt nicht im Wasser. Ja, okay. Mir ja egal. Ich hab Lukas gefunden. Welchen? Okay. Jetzt hat der Engel. Der ganze Körper kommt hoch. Jetzt hat er den Homo-Dance. Wo hab ich den? Wie heißt der? Homo-Dance. Oh, Leon. Oh, Leon. Hier haben wir Verkochung. Halt. Ja, woher hast du den? Nee. Ja, hat sie gedacht, der Mokko ist heute. Hab ich mir auch schon überlegt. Hab ich nie gesehen. Hab ich mir nicht. Was? Was? Das sieht tollen Scheiß aus. Ich will irgendwie die Feuerwehr sein, oder? Der Michi-Skinn ist einfach im Schock. Ja, ich und Michi haben so wirklich verarscht. Das sind die Nachricht schon. Und der hatte auch den Werb. Und Michi so, nee, nee, du bist fake. Ich bin fake. Ich bin fake. Können wir den mal öffentlich haben, oder? Offenlich. Offenlich. Frag mal, ob er Michi öffentlich macht im Chat. Soll ich fangen? Naja, er kennt mich. Okay. In Rocket. Bis jetzt hat er irgendwann noch nicht gemacht. Er ist gar nicht online. Wie heißt Michi auf YouTube? Michi Abstand Killer 2002. Michi... ...Abstand... ...Killer... ...2000. Es ist 30 Abos, den wir gepackt. Soll ich... ...Row zu 30 Abonnenten. Ein Abonnenten-Special. Doch. 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 Vornein. 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 Ich bin hier grad bei ein paar Profis drin, Mann. ... ... Vom... Weil... im Handy. alles zu Ende ist. rut Ich will jetzt mal schauen, ob Michi mir antwortet Ich will jetzt mal schauen, ob ich mich nicht verletzt, ob ich mich nicht verletzt, ob ich mich nicht verletzt habe wo also ist dieses zeichenspieler nein ich bin die das immer warum vor skrippe schreibt mir das ich bin die bin ich ich bin ich bin ich bin Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich schicke dir mal kurz was in den Discord ein. Bitte? Danke. Ja, nicht für dich. Hm? Thomas, du weißt schon, dass es ein Hack ist. Das ist ein Virus. Weil das ein Virus ist. Ja. Hä? Was machst du? Ich hab dich doch schon eingeladen. Im Discord. Im Discord habe ich den Link reingeschickt. Ja, ich hab's schon ein Profi in dem Land. Ja. Euro. Wie heißt du? Also, gejoked im Namen Ja, kommst du jetzt rein? Ich lehre uns gerade im zweiten Im zweiten Du kannst ja auch mitspielen Und in die Uhr Geht das nicht? Gold, Gold, Gold Hättest du nicht gewusst, ne? Sprich! Falsch Falsch Ja, safe richtig Hä? Das muss es dann Zugeschrieben Ah, ich wollte ja morgens Neon, kommst du jetzt Kreis Neon Geh'n aus der unten raus Das ist Mensch, amorin Kloon Tampon Tampon Ufff Kai Uffs tipps Uffs Tapp 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 Huffs Tapp 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 Was liefst du mir das vor? 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 Ja ich hab was falsches eingestellt glaub ich Drei Wörter ja mann Da gibt's nen Daumen runter Warte ist es einfach zu zeichnen Hä? Achja Der Farbeimer Warte ich brauch wieder weiße Farbe Hintergrundsvor Was liefst du mir das vor? Hä? Ich hab's Ich hab's Hä? 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 Ich hab's doch hingeschrieben Den kannst du nicht sehen Den kannst du nicht sehen Ich hab's doch gesagt anstatt mit C vielleicht mit Mario mit K Hä? Hä? Doch Hä? 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 Du kannst mal sogar das Falsch dahin Hä? 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 Ja jetzt kommt's eher hin Hä? 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 Ohne CK Ohne CK Ohne CK Nur mit K Ja moin Ja moin Juma warum kriegst du drei Wörter? Was sagst du denn den Scheiße? Ich glaub ich hab was falsches eingestellt Warte halt ich muss noch mal schauen Hm 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 Wie gut dass ich die Wörter alle kennen, wo reingeschrieben wurden Weil ich sie reingeschrieben hab Weil ich sie reingeschrieben hab Weil ich sie reingeschrieben hab Ich bin eh es Herr Leon, hä? Ja, wow. Hashtag. Die Junge ist so scheiße, Alter. Ja, ich weiß, aber trotzdem auch irgendwie. Nein, ich hab's nicht reingeschrieben. Sack. Kapierst du es immer noch nicht? Es sind immer dieselben, Alter. Ach. Hä? Diese rettende Salve-Warsch aus der Forschung nicht erraten, nein, schon wieder nicht. Hä? Ja, mein Gott. Wow. Junge, du machst doch die Runde zu Ende. Und dann, ähm, stell was Neues an. Okay. Welches nehme ich dann? Nomo Ja, Schiff Ja Wo ich mich verschrieben habe Wow Ja, jetzt kannst du dich einmal so stark malen, wie du willst Oh Gott Oh Gott Ich glaube, das ist voll dumm, ey Warum gibt es nicht irgendwelche Worte? Ja, Moin Überhaupt nicht verschrieben oder so Ich glaube, das ist voll dumm, ey Hä? Das ist ein Maul, Junge. Achso, das wollte ich jetzt ja auch noch. Ja, was nehme ich dann dann? Das ist so unnötig. Ich brauche nicht, ich muss auf dem Handy schreiben. Ja, geil, Leon. Ja, ich schreibe nicht. Digga, das ist so scheiße, mein... Was baust du denn so lang? Jetzt brauche ich ja nicht. Auf dem Handy, Alter. Ja, Karkaufen. Ich glaube, ich werde gewinnen. Ja, ich hätte gedacht, da kommen trotzdem noch andere dran. Ich habe mich fünfmal vertippt oder so. He? Hä? Was soll? Ich glaube, dass du Lukas langsamarde wohnstst. Wie lange ist das? Ich glaube, jetzt kann ich das realmente mit dem Ganant Böhm sagen, wohnst mit dem走吧. Du hast die Fahrt hier nicht mehr überholen Was? Das war eine Sekunde, Alter Darf man hier nicht mal ein paar Fertig zeichnen? Ist eh die letzte Runde, dann ist es vorbei Easy, man Danach mach ich den wieder aus dem Feld, Alter Digga, ich hab nicht so Ist auch so korrekt, Alter Leider Leider Easy, man Ich hab so getraut, Alter Deine Mutti ist erster So Jetzt mach ich den hier wieder raus So, jetzt kommen alle, sollten alle dran kommen Ich, oder? Ja Ja, was sind das denn für Wörter? Sind die auf Deutsch? Ja, moin Ja, Junge, das ist richtig schwer Digga, wie soll ich das zeichnen? Bei meinem Handy, Alter Nein, ich hab das falsch ausgewählt Ja, moin, Digga Wo ist diese Radierung? Nein, ich kann's nicht wegmachen Picture Nein, Digga, was ist das, Alter? Hey, ich hab alles gechalkt Ich wollte es nicht mehr malen Junge, das ist so schwer Wie soll ich das am Handy auch noch zeichnen? Ich kann nichts machen Das ist falsch, jetzt werde ich mir raten Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Auf einmal hat's das Wie soll ich das am Handy zeichnen, Alter? Ja, wow, ich weiß nicht mal, wie die Sache dir rumliegt Es geht nicht mal Komm, jetzt Was ist das? Digga, Alter Ja Junge, weiß nicht, wie schwer es am Handy ist Es geht nicht mal Genau Digga, was ist das, Junge? Ich weiß nicht, das ist doch dieses Tier, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Vogel. Was ist das? Ich weiß nicht. Wie heißt nochmal der Vogel? Hieße ich Specht? Achso, oder Spatz. Wie hieß das? Du kannst dich zeichnen, Junge. Was ist das? Du weißt, dass du einfach auf den Farbeimer tippen kannst und es ausfüllen. Ist das ein Pfeil? Was ist das? Die einfach alle nur einen Punkt haben. Was ist das? Oh ne, Digga, wie soll man das wissen? Oh mein Gott. Okay. Das passt auf. Oh, das war kacke, warte. Das ist eher so Meloniker. Nee, oder? Digga. Digga, Thomas, Alter. Warum sagst du das? Ach, Digga. Ich hab's nicht gesagt, damit wir immer einen Punkt mehr bekommen. Digga, ich bekomme die dümmsten Wörter. Bauchpinseln. Aber das nehm ich nicht. Hier. Hier. Digga, wie soll ich das zeichnen, Alter? Oh mein Gott, das war wirklich richtig, oder? Das war nur geraden. Das war absolut nur geraden. , das war nur geraden. får ich die Nachfolge, oder? Das war also gut. Okay. Okay. Und wo bist du? Also, ich hab mal geraden. Und wo bist du? What the fuck? Ja, wow. Halt mich hier raus, oder was? Achso. Ja. Was ist das? Wenn es Gefängnis ist. Was ist das? Das ist so dumm. Wenn da ein S ist, am verlor vorletzten Buchstaben. Das ist echt, was das ist. Juhu, wenn da schon... Du siehst doch, wenn da fünf Buchstaben schon sind. Was ist denn? Obeoe. Oboe. Ach, ne. Oboe. Da sind auch so behinderte Wörter dran. Ich bin ja so lange schon. Das ist Luis. Es geht aber, um das Teil hier. Flaschenöffner. Ich zeichne es sogar so, dass jeder versteht. Ja, aber dein Knast, Freund. Das ist einfach nur ein Netz. Wo jemand drin flackt. Digga. Das erkennt keiner. Ja, ich hätte jetzt eher ein Dschungelcamp oder sowas gedacht. Holt mich hier raus. Hilf, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, was? Oh. Oh, ja. Umdrehen, Leon. Ich bin nicht mehr drin, kann das sein? Äh, ne. Aber du kannst hier nachträgen, oder? Weiß ich nicht. Klicke einfach auf den linken Ding. Der ist cool. Nee, ich muss wieder eine aufmachen. Ja, lass' ne neue Runde machen. Schick dein Ding einfach rein. Jo. Digga, was war das alles? Ich hab' reingeschickt, ja. Ja, okay, warte. Ich habe schon wieder fast eine Stunde mit Scurri. Ich hab' reingeschickt. Laufbond. Mechil lutscht. Lutscht. Hä? Hä, bin ich drin? Ne. Hä? Warte, ich komm noch mal. Okay. Ah, jetzt, jetzt. Ja, moin, jetzt geht ich mal der ganze Name. Was ist denn ein Schwanzkopf? Da haben wir mich lutscht. Ein Schwanzkopf drin. Ach, ja. Ja, moin, das war's komplett. Es bringt. Wir müssen immer warten, bis nicht Jesus fertig ist. Ja. Hä? Ja, warum? Hast du denn anderes genommen? Ameise. Was ist das? Richtig. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Digga, was? Ich kann nur World Kick machen. Achso, World Kick, warte, nee, nee, nicht World Kick. Nein, Schwanzkopf. Das bist du ja, Michi, das muss ich ja machen. Soll ich machen? Ja. Nein, nein, nein. Nein. Was ist das? Ja, was hat denn drei Buchstaben? Ja, was hat denn das jetzt? Ja, der Leo. In Fortnite. Nein, nicht durchgestrichen, ja, Moin. Nein, wir müssen erst warten, bis er dran ist mit dem Zeichnen, dann können wir alle wohl... Wow. Sehr interessant. Digga, wie soll ich Bob malen? Macht keinen Sinn. Warte, hier ist, wenn Michi drin ist. Ah, warte, geht... Ja, passt. Okay. Ich bin dran. Bei mir kommen sie so richtig zu scheißen, oder? Was? Hier ist nur ein Beispiel, wie soll ich der Schafe so rechnen? Ja, hier ist man herrlich. Achso. Das ist jetzt nur das Außen, das ist nicht so wichtig. Das ist nur, dass ihr es besser verstehen könnt. So, jetzt kommt das ganz Wichtigste. Und das Teil geht. Nein, das ist keine Zahnspange. Hä? Das ist keine Zahl, das habe ich schon fast gesagt. Ja. Das heißt so, diese Schnur, was man durch die Zähne macht. Nein, nein, das ist keine Schnur. Was dann? Es ist ein... Es ist was aus Holz. Lade. Digga. Hä? Aus Holz? Als ob wir sowas nicht erraten können. Ah, nein, bruh. Das war's komplett. Ich konnte auswählen zwischen dem Wasser... Ich konnte auswählen zwischen dem Wasserkreis los. Ich konnte auswählen zwischen dem Wasserkreis los. Hupen. Hast du schon, Thomas? Nein. Nein. Hä? 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 Ich habe Brust hell geschrieben, aber es heißt aber nur Brust. Nee, ich hätte was zu rupen als erstes gesehen. Nein. Ja, moin. Nein. Ich habe Brust. Bähentwürfelder zu sehen. Ach so Schreiben Sie es jetzt mit 2 Erzähl fix 2 Ach so Hm, was ist es einfacher Nochmal selbst So Connection Lost Ja, mal bei mir auch Wow Ich hatte ein Fass Ja, Connection Wow, jetzt heißt es über Werbung Das ist ein neues Ich will keine Ebay Werbung anschauen Ich habe auch Werbung Ja, ja, wollte ich Aber die haben Mir gerade Werbung Ja Ja, die hatte ich auch Ich bin einmal zurückgegangen Auf dem Pfeil Und dann Nochmal gemacht Ebay wäre Wärm, was war so Wenn es mal Ebay wird 20 Und feiert 20 Tage Mit tollen Angeboten Deiner Lieblingsmarken Happy Ebay to you Ebay Michi hat Ei Hä Ich habe ein Ei geschrieben Ja, Moin Michi hat ein Ei Das Schüsse Digga Elfenbein Wahrscheinlich Nehm ich das Ja Hä Ja, Moin Hat der Automat Eins genommen Oh Oh ja, Moin Anders Schief Digga Wie soll man das Malen Ich habe schon Behindertes Wort Was steht denn da Lukas Das ist ein I Das ist ein I Stil Das ist ein I Oh, Junge Stell Ach, der Junge Digga Wie soll man das Malen, Alter Diegelsteinhafen Ja, wie soll ich das Malen, Alter Nicht so Ja, wie soll ich das, Junge Entenfamilies, Junge Verzweifelt Bist Gott, wie ist das Wo ist denn das um Zeig Da Äh Hä Sagel Ähm Nu Go sagel Ähm Hä 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 Die haben Mapp Ja, Moin Möko Hätte was aus der Oben Möko geschrieben Ja Aber nicht Karte Oh mein Gott Was ist das So Das kommt der Allerbeste Passt auf So Ja, Moin Es geht Um Also Scheiß Haus Es geht um Das Beziehungsweise Das, was da Auf Da drauf Liegt Jetzt auch noch mal was Das nennt man leider nicht Klop oder Deckel Nein Ja, Moin Ich muss das sagen Ihr werdet nicht draufgekommen Ohne Fuck ich Supreem Nein, nein, nein Was ist das? P-F-F-I-O Nein, ich meine Qualität Ja Ja Unterstrich PS4 Jawohl PS4 nut Boah, Digga, wie soll ich das malen? Warte Super Astronaut Super Astronaut Achso Digga Da meint man doch gleich ein Astronaut Du, was weiß ich wie ein Astronaut aussieht Hä Hä Trauma Was ist das? 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 Das ist das Was ist das? Ein Knoten Oh mein Gott, da macht man einen Strich und dann Ja, so übertreiben kann man es auch Ein Knoten Ein Knoten Ja, Junge, wo ist da ein Schuh? Oh Oh, Digga Was ist das? Oh 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 Hä 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 Ja, Moin Wie heißt es Lopper? Das heißt da oben noch mal was kleines hin Wo ich vielleicht drauf Erinnern könnte Wenn man das mal erkennen würde, was das ist Und aus dem wird das Und aus dem wird das Wenn man dieses Teil hier benutzt Ah Und aus dem wird das Wie heißt das nochmal? Wachsmalstift Das heißt doch Axt oder nicht? Das ist eine Axt, ja Was macht man aus einem Raum? Nein, ich wollte es gerade schreiben Glaub ich ihm sogar Digga, ich schwöre, das kann ich nicht machen Ich kann keins nehmen Drahtherr Ring Was ist das? Digga Ich kann nichts machen Ja, wow Wie kann ich das? Wie soll ich das malen? Ja, ich schwöre, das ist unmöglich Das geht gar nicht Dann schreib das Wort hin Okay, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Öh 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 A Öh Öh Ne Der Apfel Der Apfel Nein Der Apfel Nein Der Apfel Der Apfel Wie soll ich das malen? Gar nicht Da war noch Wie soll ich das malen? Wie soll ich mein Ball prallen? Pfff Ne, ne, ich mach zurück, bis du das kapiert hast Ach ja, Mann Wie hast du das so schnell gewusst? Digga, es hat nur vier Buchstaben und der malt da unten so ein hässliches Teil hin Ach ja Pass auf, passt auf Pass auf Obwohl dieser Digga Was? Schlange oder was? Oh, oh, oh Ach, mein Gott Oh, oh, oh Lukas, kann sein, dass er einfach nur zu dumm ist Ja, ich bin zu dumm Nein Nein Warte Ja, du hast kaum deine Chance Ich hab's doch schon geschrieben Schlange Oder? Das Wort ist Schlange Hä, hab ich doch geschrieben schon Nein Du hast Schlangen geschrieben Ach ja, Digga Es ist ja auf Handy Ich hab Schlangen geschrieben Oh, ich bin der Erste Ich hab' 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 Dummzeit Ich hab' Ich hab' Digga Vefen Was ist denn das eigentlich? Freut sich das Leben d was ist das für buchstabe der Po, R, E, E, N, E, N. Was steht hier überhaupt für Buchstaben? Hey, es ist rechts unten, ja. Hä? Ich hab das N vergessen. Ich bin so dumm. Detonieren, ey, was ist das? Ich bin so dumm, ich hab das N vergessen. Ey, wenn ihr das jetzt nicht erratet, also ich mach jetzt ein Wunderschön, weil das ist wunderschön. Warum immer so lange, ey? Ihr Daumen runter, ey. Ich kann nichts dafür. Das ist der Fisch. Da, Digga, zu dem, was ich ja mag, gab früher mal einen Fisch. In der Kinderserie. Halt zu hoch, Junge. Kennt ihr den auch? Ja. Hä? Ich hab mir immer angeguckt. Tütütütütütü. Ich kannte, ob man vor der Freundschung Rainnbogen spielt. Als ob du das nicht erkennen würdest. Hat da gerade ein bisschen undeutlich gezeichnet, aber manos sieht dann Rainbogen. Ich bin gerade dabei, jetzt zu schreien Digga, ich kann nicht mal fertig schreiben Am Handy Ja, wie soll ich das machen Hm Nein, wie nennt man das? Bist du dumm Ja, Mensch, jetzt ein längeres Wort, weil er hätte Ich habe genau das andere wahrscheinlich geschrieben, ne? Wow Hey Was ist da? Mürgo Mürgo Was ist das? Was ist das komplett? Ne? Ne, woda Vielen Dank. 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 Ja, falle. Sei es Trap und ich falle. Sei es Trap. Ey, ich könnte ein Apo Richie nehmen. So, Leute, pass auf, bitte aufpassen. Ja, nein, nimm noch längeres Wort. Das geht einfach nur um dieses Teil hier. Wie heißt es noch mal, wie heißt es noch mal, wie heißt es nochmal. So, da steht mal, da steht mal, da steht mal, da steht mal den meisten zu Hause. Oh, nee, ich wollte nicht alles machen, ich wollte nicht alles machen. Ich hab mal geschrieben, ich hab mal geschrieben, ich hab mal geschrieben, dann war es erst mal diese... Okay. Oh, nee, 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 nee. Oh, da muss besser werden. Ne, ne, der Pfeil war komplett geschaut. Ah, ich fühlte es so schwer am händen. Ah, ich wollte erst backgeschreien, aber dann... Hab ich überlegt... Okay, okay. Was ist das? Ja, man kann was lesen. Find ich auch. Autismus? Hä? Hä? Was ist das? Du hast kein anderes genommen. Nein! 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 Ich nehm den! Ja, Mann! Das da, ihr... Also am Anfang brauchen wir erstmal das da. Das ist die wichtigste Eigenschaft. Dabei. Auch wenn es eigentlich um den Typen geht und nicht um das, aber... Irgendwie so... Hier noch ein Strich und hier noch ein... Durchgestür... So... Sind hier noch Sterne drin. Soll Sterne sein. Dann gibt es hier so ein schwarzer Mann. Hä? Der hat auch hier so... So schwarz ist sein Relive eigentlich gar nicht, aber... Hat er hier so'n Hals? Nein, ich weiß es aber. Ich bin schon da gesunde Schreiben. Ja, wow. Ja, ey. Ne? Also hier so'n bisschen dicker. Ich schreibe mir jetzt den Hohen so'n. Der ist sogar Pflug. Hä? What the fuck? Wow! Wahrscheinlich ist der fett, oder? Und die Flagge! Der fett... Hehehehe. Kann dir auch ein Konzept erraten, oder? Musst du dir was denken? Hehehe. Hehehe. Perrick Obama. Hehehe. 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 ... Hehehe. Hehehe. Was denn? Was denn? Ich schreib grad was. Mir fehlt nur der letzte Buchstabe. Also nicht das E, sondern ein Buchstabe. In Fortnite. Was weiß ich. Was weiß ich. Nee, oder? Zwei. 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 Nee Digga, ich wollte nen ganzen Roman schreiben. Aber ging nicht. Ich habe damals... Wie heißt das jetzt nochmal? Weißt du, wolltest du einen richtigen Roman schreiben? Wie heißt das jetzt nochmal? Ich weiß, was du meinst. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ah. Ja, genau. Das sind Nachrichten, das sind Nachrichten. Du stärkst dich erst bei ihm, seit zwei Jahren, zehn Jahren. Nee, gewann. Hä? Ach so, ja, Moin, hä. Ich bin jetzt schon. So. Okay. Hier habt ihr so. Ja, lieber den da. So. So. So, so, so. So, 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 so. So. Hä? Schau dir und erkenne mich mal. Ich weiß auch, ich weiß nicht, wie es so heißt, Alter. Ich weiß schon was. Ich. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ist das? So. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Wo ist denn, wie es so ist. Ja, mein Handy kann ich aber nicht zeigen. Das sieht aus wie ein Stier. Ja, mein. Ja, mein, da mach ich ja wieder diesen. Wer schneller tippen kann. Achso. Ja, mein, achso. Ne, ich schreib gerade wieder einen Roman. Warum, du siehst doch nicht, wie viel Buch ich habe. Ja, ich weiß, aber ich schreib trotzdem immer Romane. Hier nebenbei habe ich was offen. Und ich schreib irgendwas, was mir gar nicht in den Sinn kommt. Irgendein Bullshit. Das war auch wurscht was. Das war insgesamt. Ja, ich schreib jetzt. Ja. 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 Hä? Geht schon weiter? Nee. Ich hab gar nicht aufgepasst. Mach mal den doch. Hier, das ist die Haube von dem Auto. Hier ist dieses Dach von dem Auto. Hä? Hier hockt der Mensch drin. Das hat jetzt alles noch nichts mit dem Wort zu tun. Das ist einfach jetzt nur so da. Und so. Jetzt fängt es langsam an was mit dem Wort zu tun zu haben. Hier ist dann noch so eine Rückenlehne. Und es geht um das da. So was er hier. An schnellgold. Wie nennt man Jöns noch? So der hat's auf der Seite. Hast du's schon Leon? Wo? An schnellgold. An schnellgold. An schnellgold. So der hat hier auch nen coolen Sit. Ich hab's. Mach mir die Rückwand schön grün. An schnellgold. Ich hab's. Tulie. Hä? Warum denn? Nein. Nein. Dann wollen wir wieder absolut scheiße. Hä, Thomas, hast du doch geschrieben. Ja, fertig. Ja, ich kann es nicht mehr. Och, nee. Oh, mein Gott. Was? Tausend Füße. Ah, ich bin jetzt von der. Ja, ich bin jetzt von der. Ja, ich bin jetzt von der. Du, na, ich hab Zeit. Warte. Fukuida. Irokesa oder irgendwie so. Ja, wie... Digga, was weiß ich. Das, was der bei diesen Italiener so so hat. Sturmfriseur. Ja, Irokesa oder so heißt das. Digga. Ja, Digga. Oh, Leon. Wenn du da einfach nicht draufkommst, dann bist du bad. Okay? Okay. Geil. Das ist halt nicht meine Farbe. Ich hab noch nicht mal richtig angefangen, wort zu bezeichnen. Ich hab aber nur den Hintergrund gemacht. Mann. So, an diesem Merkmal solltest du sie jetzt erkennen. Warte, der ist so... Der ist hier so... Ja. Junge, warum machst du den Hintergrund grün, Alter? Hehehehe. Hehehe. Ich mein, ist einfach so geil war, wie ich sehen wollte, wie er alle grün schreibt. Hehehe. 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 Nee, ich bin ja meine Zustasen. Hehehe. Hehehe. Warte, wie soll ich das machen? Das war ein absolut getaubes Mal. Ja. Auf dem Handy, man kann nicht malen, Alter. Ich habe einmal hingeschaut auf dem Bildschirm und wusste, was es war. Ich bin die ganze Zeit auf Instagram und schaue einmal hoch. Ja, sag mal das Wort, Leon. Ja. 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 Ja, aber Autokorrektur hat irgendwas anderes gemacht. Ja. 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 Hä? What the fuck? Mit H oder was? Mann. Hä, mit H? Hä, du hast doch H geschrieben und es war's nicht. Hä? Hä? Aber... Ach, Herr. Kojota. Ja, wie soll ich das malen? Ich finde, das ist unmöglich zu malen. Wie kann ich das überhaupt rot anmalen? Ich finde, das ist ein bisschen ökert. warum hast du diese Striche eigentlich nur? es gibt es in grün, in rot und in gelb was auch immer das ist wie soll man der ist so schwer der meint es schwarz was auch immer das ist das nicht der weiß wie schwer das zum malen ist oh ja, moin, jetzt hab ich komplett gejoggt der ist aber so, kojote und noch irgendeine scheiße der ist kojote, moin das ist so, kojote und noch irgendeine scheiße 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 So, das kann ich jetzt nicht mehr dazu, ne? Hä? Hä? Ich check's nicht. Ja. Ja, das ist nicht mal fertig. Ja, das war's gern. Ja, das war's gern. Ja, das war's gern. Ja, das war's gern. Ich... Vielleicht ist es ja ein gepfiffen großer. Er ist eigentlich nicht in der Box. Er tut nur so. am meisten aus von weiß gestreiften polieren weiß schwarz gestreift so eine Mütze die es nur in Paris gibt so eine so wenn man wenn man jetzt so ein Spiel spielt wo wir gerade auch spielen nur dass man dann halt sagen darf das Spiel nennt man dann also man richtig ein Pantomier hm 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 Vielen Dank. Achso. Wie schreibt man den? Etik, so. Etik. Was weiß ich, wie man den schreibt. Achso. Egal. Viel Spaß. Ich weiß nicht, was ich da noch zeigen soll. Obwohl, meistens sind sie ja nicht lang, sondern eher so zweimal Schnecke gerollt. So kenne ich sie zumindest. Gibt es zum Glück nicht in der Schule? Kein Hunger mehr zu essen? Gut ausmöglich, ja. Bis zum Glück. Willst du sein?